Moin Freunde und wie versprochen gibt es auch mal draußen ein paar Videos und zwar kam heute meine allererste Bofos Bestellung und zwar habe ich meine, also meine Oma hat mich geworben und ich habe dadurch 15 Euro gratis bekommen und meine Oma bekommt dadurch 40 Euro Gutschein. So es gab erstmal einen schönen Katalog und natürlich auch einen Grillkatalog, da werden wir die nächsten drei Wochen auf jeden Fall mal was holen. Also der kommt jetzt alle drei Wochen und beliefert, wie bei meiner Oma eben auch, es ist einfach mega geil. Es schmeckt so geil das Zeug, also ja gut und was ich bestellt habe, das sehen wir jetzt. So, es gab einmal 10, sind das 10? 10 Brötchen glaube ich, ja. Wo ist die Anzahl, Diggi? Das ist noch ein bisschen verwirrend, da muss ich selber mal gucken. 600 Gramm, bla 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 bla, ich sehe die Anzahl nicht, aber es sollten 10 Stück sein. Brötchen, einmal und zweimal. Das sind, ja, Sonntagsbrötchen, Bäckerbrötchen, wie man das auch immer nennen möchte. Kommt mal ein bisschen auf die andere Seite. Als nächstes gibt es mediterranes Gemüse. Gewürfelt. Sehr nice. Ja, auch die Haltbarkeit ist mega heftig, sehe ich hier gerade 10.02.2022. Dann ist ja alles tiefgefroren. Das sind 1000 Gramm, 1000 Gramm, ja, 1000 Gramm. Sehr geil. So, dann habe ich bestellt Hähnchenbrustfilet in Currysoße, richtig nice. Und zwar ist das so ein bisschen mit, was ist das, Mango? Ja, da sind so Mango-Stücken drin. Und ja, Hähnchen in Currysoße, übelst geil, heftig, Mann. Wird einfach in den Kochpott gemacht, dann ein bisschen Reis dazu oder so und dann wird das gegönnt. Sehr geil. Gut, als nächstes, als nächstes haben wir dann, das ist schon das erste Grillsteak sozusagen. Und zwar ist das Paprika-Hacksteak. Paprika-Hacksteak für den Grill. Mega nice. Da sind so, ich merke das gerade, die sind ziemlich klein. Aber das ist ja kein Problem bei unserem schönen Weber-Grill geht das auf jeden Fall klar. So, dann habe ich, ähm, ja, das gab's. Gab's das? Nee, das gab's nicht anders. Das ist glutenfrei und, äh, weizenfrei und laktosefrei und, äh, weißt ja gar nicht alles. Und zwar ist das Hähnchen-Gemüse-Pfanne. Sieht auch sehr nice aus. Auch mega lecker. Bestimmt. Gegessen habe ich es noch nicht. Ähm, ich habe schon einiges gegessen von Bofrost, aber das, ähm, also das, was ich jetzt alles bestellt habe, noch gar nicht. Weiter geht's. Dann haben wir Hühner-Frikassee. Ja, aber zu den Kartoffeln so ein bisschen, ähm, gibt's dann noch ein schönes Hühner-Frikassee. Ähm, ich hab jetzt gar nicht die Angaben gesagt, Freunde, aber das müssten alles so um die 1000 Gramm gewesen sein. Das sind sogar 1200 Gramm. Äh, vier Portionen sind das, ein bisschen Kartoffeln da zu kochen. Mega geil auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr seht das auch alles. Und ich halte das im richtigen Winkel gerade. Ich hab nämlich keine Dings angeschlossen, wo ich mich selber sehe heute. Kein Screen oder so. Gut, und dann, zu guter Letzt gibt es noch den Kräutergarten in Klassik. So ein bisschen zum, ja, Dekorieren, ihr kennt mich. Ähm, ich hätte gern noch ein paar Krakauer genommen oder sowas. Ähm, wollte ich eigentlich noch machen. Dann hab ich ein bisschen verrissen. Nicht weiter schlimm. Ich hab noch so viel Würstchen im Kühlschrank. Und, äh, ja, man kann auch andersweitig sich noch was ranholen. Und das ist eigentlich mega geil. Feierig auf jeden Fall richtig. Ich werde das jetzt ganz, äh, also das alles einfrieren, ist klar. Ähm, und deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Einschalten. Bezahlt habe ich 43,05 Euro mit 15 Euro Rabatt. Also normalerweise 58,05 Euro hätte das alles gekostet. Aber das ist Qualität, das ist vernünftig. Es ist Bohrfrost und es schmeckt verdammt geil. Dafür, dass es Tiefkühlbar ist, ist mega heftig. Wirklich ohne Scheiß. Jeder, der schon mal da gegessen hat, der weiß Bescheid. Das ist lecker. Verdammt lecker. Und top Quali. In drei Wochen geht's weiter. Dann werde ich's sehen. Dann werde ich bestimmt ein bisschen spezieller für den Grill oder so. Oder ein bisschen was mit, ähm, Suppe und Wienerwürstchen oder Bockwürstchen oder so bestellen. Müssen wir mal gucken. Ähm, ja, Steaks werde ich über Amazon holen, denke ich. Ähm, habe ich auch gesehen. Die liefern auch frisch. Richtig geil. Gipskorn, hätte ich gar nicht gedacht, Mann. Richtig geisteskrank. Aber was alles möglich ist, wenn man denn nur will. Gut, Freunde. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschau. Macht's gut. Gehabt euch wohl, bleibt gesund und, ja, den ganzen Kram.